Ups. Also. Für Quest Nummer 1, ha? Lasst uns die Seifen nicht fallen. Max, du blöde Schwull! Wow! Ups, Ups, Ups... Pschiiiioo! Leute, herzlich willkommen... Was war das denn, Alter? Alter! Ja, wahrscheinlich war's das. Herzlich willkommen zu einer Folge von Croft & Robert. Hi! Hey, Guys! Hey! Hey, Guys! You ready to have some fun with me? Sure, we will. Okay, let's hope we got a lot of good times. You know what I'm saying, dog? Okay. Freunde, Mitarbeiter heute, liebe Peterle. Hey, Leute, was geht ab? Riole. Hey! Und Krabben, Krabifter. Krabben, Krabbifter. Krabifter. Freunde, ihr müsst euch ja jetzt eine Rolle auswählen. Hey, das ist ein bisschen verbind. Mr. Morgam. Tschüss. Jaaaa! Nennt mir eine Nummer zwischen 1 und 26. 18! 16! Okay, 18. Mr. Morgam ist der Opa. Er weiß gar nicht, warum er eingesperrt wurde. Möchte gern Mittagstraf halten. Ist schwerhörig und verliert ständig sein. Gebiss. Was hast du gesagt? Die 16. Du bist Desmond, der Mondbär. Du fragst die ganze Zeit, wie du hierher gekommen bist. Nein! Oh, goddammit! Peter? Ähm, ich nehm 13. Du bist der Tourist. Hält es für einen Erholungsurlaub. Hält sich für den besten Ballermann-Urlauber. Liegt alle liegen mit seinem Handtuch zu. Ist ständig betrunken. Und versucht Frauen aufzureisten. Riole? Ich nehm die 12. Du bist der WoW-Nerd. Hat WoW-Gold gefahren. Will zurück einen Computer. Und hat noch nie eine Freundin gehabt. Ich bin hierher gekommen. Alles echt. Also Max, du darfst natürlich auch andere Fragen stellen, aber du bist halt relativ einfältig und schwerhörig. 145. Ich bin von einem anderen Planeten. Du bist von einem anderen Planeten, Max. Ja, vom Mond. Alles klar, Freunde. Wir gehen mal rüber zu den Gefahren und schauen mal, wie die Stimmung... Alles klar. Eskalier halt direkt. So, Freunde. Jetzt mal ganz kurz. Jetzt mal ganz kurz hier. Als Polizist, Freunde. Was hat der gesagt? Alle jetzt in eine Reihe stellen, ausziehen. In eine Reihe stellen, ausziehen. Alle, alle, die Klamotten ausziehen. Alle. Wisst ihr was? Hey, weißt du was geiles, Alter? Was? Jetzt hier erstmal schön Tripper einfangen auf Malle, Alter. Alle jetzt ausziehen. Peter, deine Mütze ausziehen. Junge, ist Tripper im neuen Addon gewesen, oder was? Peter, sind wir auf Malle? Wie sind wir hierher gekommen? Alle jetzt mal ausziehen, rauskommen. Rauskommen, die hinstellen. Rauskommen, die hinstellen. Rauskommen, die hinstellen. Rauskommen. Peter. Peter Jürgen Dreefs kommt heute Abend, jetzt mitkommen. Hallo, 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 hallo. Ja, machen sie mal die Tür auf hier. Lass mich doch ausziehen. Ich bin doch gerade erst hergekommen. Hallo, ich komme doch nicht raus. Auf dem Mond ziehen wir uns nie aus. Wo ist denn das Strandtuch? Das hatte ich doch extra mitgerucht. Jetzt ausziehen. Ausziehen, Mr. Morgam. Ausziehen. Dann passen sie mal auf, das ist ein alter Mann, ja? Ausziehen. Aber ich hasse die Antworten. Junge, was lootet der eigentlich? Die wollen sich die ganzen Liegen hier nehmen, Alter. Hallo, stopp, stopp. Ausziehen, Mr. Morgam. Mr. Morgam, bitte ausziehen. Ey, ich töte den Drachen. Ich hab kein LKW, wie soll ich mich denn ausziehen? Kommt einfach her. Kommt einfach mit, wir gehen jetzt alle zusammen duschen. Alle in einer Reihe und einmal rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Was sehen wir denn? Was ist denn da? Da ist Jürgen Dreefs dahin. Yeah. Reole. Entschuldigen Sie mal, Jürgen Mann. Ich will den Drachen töten. Rechts da. Rechts erst dahin, los. Mr. Morgam rechts. So alt bin ich auch nicht. So, Freunde. Ihr nehmt euch jetzt alle ein Handtuch. Wer hat die ganzen Handtücher genommen? Wer hat die ganzen Handtücher genommen? Wer hat die ganzen Handtücher genommen? Wie bin ich hierher gekommen? Ich baue dir ein Schloss. Das ist... Licht an. Stopp. Jetzt geht ihr alle. Mr. Morgam zurück. Nehmt euch alle Seife und Handtücher jetzt da rein. Alle abduschen. Nehmt euch doch jetzt. Abduschen. Ey, wir hatten schon wieder alle Handtücher genommen. Ich wollte mir nur eine Liege saven, Alter. Das letzte Mal Seife habe ich erfunden. 1885. Wasser an, jetzt alle da rein. Peter. Kommst du zurück? Auf den Mond haben wir sowas nicht. Peter, da. Erstmal duschen. Was ist das für ne Hitze? Was ist das für ne Hitze hier? So. Und jetzt alle mal schön duschen, Freunde. Und der Reole erzählt uns jetzt, was man unter der Dusche alles so nicht macht als ordentliche Gefangene. Also. Für Quest 1. Lass uns die Seife nicht fallen. Max, du blöde Schwung. Ups, ups, ups. Hä? Warum bin ich gestorben? Pick mich. Wo ist der Opa? Die sind einfach ertrunken. Hör dir bitte. Hör dir auf damit ihr zwei. Hallo? Level ab! Level ab! So, Freunde. Geht jetzt alle mal bitte mit zusammen. Wir gehen jetzt in die Turnhalle, okay? Ja. Komm bitte raus, Jungs. Auf den Mond machen wir auch Sport. Komm, komm, komm. Du bist nicht 그러b da. So bin ich! Bin ich grad ertrunken. Kommt bitte Max, was machst du da? Sport, Mondsport. Das letzte Mal ertrunken, das war 1995. Also du meinst dich Desmond nicht, Max? Okay, tu maluna, Desmond. Kommt ihr bitte mit. Lass uns doch mal alle zusammen jetzt hier an den Strand ein bisschen Sangria und dann atemlos durch. Das letzte Mal am Strand war ich 1943 in Frankreich, Leute. Kommt bitte alle mal hier durch. Alle jetzt bitte mitkommen. Alle bitte mitkommen. Hallo. So, das sind alle. Alle kommt mit. So und jetzt ab geht's rüber. Und dann gehen wir einmal gemeinsam in die Sporthalle. Genau das, genau das. Ich hole mir jetzt einen Tripper, das ist so klar. So, Freunde. Ich möchte jetzt, dass wir... Tripper! Halt, Stopp, Riole, bleibst du bitte stehen. Zwei von euch bitte sich hier in die Mitte einmal stellen. In den Kampfring. Und ich möchte, dass der Opa gegen Mr. Hört eine Titte! Der Opa einmal gegen Riole, bitte. Wir kämpfen nicht, ich kann nicht kämpfen. Wo ist denn der Strand hier, hallo? So. Wo seid ihr? Einmal jetzt bitte. Und wer gewinnt von euch, kriegt den Schlagstock. Wo seid ihr? Wer zuerst tot ist oder raus ist, ist draußen. Wo seid ihr? Wir sind in der Sporthalle, Peter. Ja, wie komme ich da hin? Ich hole dich jetzt. Was sollen wir machen? Ihr sollt kämpfen. Kämpfe? Kämpfen. Wer zuerst rausfliegt, hat gewonnen. Max, das ist spannend. Wow! Wie bist du denn hierher gekommen, Max? Der hat Cheated. Der hat Aimbot, Aimbot. Fuss spielt. Okay, Mr. Morgan, du hast dir einen Schlagstock verdient. Ach, Leute. Ich genieße den schönen Strand hier vom Palma de Mallorca. Max, pass bitte ein bisschen auf deinen Serien-Großvater auf. Und ich will ganz kurz gucken, wo der Besoffene ist. Peter, kommst du bitte her? Report. Riole, du kannst bei mir nicht reporten. Ich genieße gerade die Sonne. Alles klar. Peter, wo bist du? Ich lebe einfach. Es ist einfach Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida. Peter, wo bist du? Ist das schön hier. Peter, kommst du mit? Ich bin einfach nur zurück zum Mond. Ja, ja. Herr Barkeeper, wo ist der Eimer-Sangrier, den ich bestellt habe? Peter, kommst du bitte mit mir? Alter. Pura Vida. Pura Vida. Zeig mal deinen Schwanz. Hast du auch noch was was ich? Wenn du keinen hast, hast du keine Party gemacht. Zeig mal deinen Schwanz, sagt er, Alter. Peter, kommst du bitte jetzt mit? Erste Party gemacht. Peter! Ist das ein geiler Dungeon hier? Was ist denn hier eigentlich los? Peter, wir gehen jetzt mal ganz kurz zum Frühstücksbuffet, okay? Oh, das ist lecker. Ich hätte gerne Schweinebauch. Schweinebauch, bitte. Peter, nee, hier nicht, komm mit. Indoor-Pool ist heute geschlossen, da sind noch Algen drin. Aber wir gehen einmal, wie gesagt, hier rüber. Da hat wieder einer reingeschissen, oder? Wer denn? Ja, in den Pool. So, alle anderen bleiben jetzt bitte zusammen. Oh, nice, Alter. Hey, Leute, Leute, kleine Frage. Was für ein Level braucht man, um Schwämme kaputt zu machen? Schwämme? Ja. Schwämme. Hier, Peter, einmal... Ah, das ist doch gar nicht die Sauna. Peter, möchtest du in die Sauna gehen? Ja, bitte. Komm bitte mit. I need water, please. Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, Freunde. Ich verhungere. Ja, kann mal jemand... Max, kannst du vielleicht mal dafür sorgen, dass dein Opa nicht irgendwie verhungert? Äh, 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 okay. Oder warte, Peter? Ja. Kommst du bitte her, Peter? Wo sind sie denn? Komm, Peter, komm bitte her. Wo sind sie? Peter, wo bist du? Ich weiß es nicht. Peter? Ich such doch nur den Strand. Peter? Was macht deine Hand an meinem... Piep? Peter? Hör mal, Söhnchen, das ist gefährlich. Was machst du hier? Peter, hier ist ein Stockduchster drin. Kommst du bitte da raus? Peter? Ich hab Jürgen Drehs gesucht. Kommst du bitte mit raus? So, Max, wo bist du? Auf dem Mond. Auf dem Weg zum Mond. Das klingt so unglaublich dämlich. So, Peter, pass auf. Ich möchte, dass du dich jetzt bitte hier mal ganz kurz in zwei Minuten selbst arbeitest, ein bisschen in der Mitte beschäftigst. Ich war Hunger! Wer rennt da oben? Wer ist das? Ich! Ich! Obwohl jetzt einer in den Pool geschissen hat, ich werde trotzdem schwimmen gehen. Ich lasse mir doch hier nicht... Wer war das? Wer war das von euch? Wer war das von euch? Okay, 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 okay. Hört sie mir mal zu! Stopp, 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 stopp. Das letzte Mal in Gefangener, wo seid ihr? Ich bin zurück zum Mond. Bereit im Dungeon, ein bisschen looten. Wer ist das da vorne? Hören Sie mal, ich hab Hunger! Ich bin Destinant! Max? Max? Ich bin zurück zum Mond. Drehst du dich mal ganz kurz bitte um? Nicht schlagen! Max, was machst du da draußen? Wir sind ein friedliches Volk. Ich passe auf den Opa auf, aber der ist mir abgehauen. Wo ist der Opa? Das letzte Mal gefangen war ich in Russland. Das war eine schöne Zeit. Max? Ja? Merkst du gerade selber, dass es vorbei ist, oder? Hier ist die Behinderten... Nein! Hier ist eine Behindertenwerkstatt. Was? Das gibt es doch nicht. Oh mein Gott, schnell zurück. Alle Gefangenen zurück! Alle Gefangenen zurück! Sofort! Sofort! Zurück in die Zelle! Hey! Hey! Hallo! Alle Gefangenen... Hallo! Ich muss jetzt mit meiner Freundin schlafen und dann in den Knast gehen. Alle Gefangenen sofort! Okay, ich mache euch ein Angebot. Ich lasse einen von euch frei, wenn ihr euch jetzt alle in der Mitte mitbetrefft. Oh nee, ich rutsche gerade. Was hast du... Hast du... Hast du... Die habe ich gefarmt im Dungeon. Was für ein Dungeon? Schreckensgrotte. Oh nein! Und jetzt geht es ab mit Wasserball! Max! Ja, ich bin noch in der Mitte bei dir. Du bleibst jetzt da drinnen eingeschlafen. Oh bitte! So. Okay, und ihr kommt jetzt alle zurück. Alle zurück. Alle! Max! Ja, ich will mich hier nur mal ein bisschen umschauen. Peter? Hey! Ich will noch zurückkommen, aber es ist zu. So, auf in den nächsten Dungeon. Erstmal den dicken Eumeldrachen töten. Du, Max! Du, Max! Ich mache dein Angebot, Max, okay? Ja. Komm her, pass auf, komm her. Okay, okay, ja. Interessant. Stock für Wächter. So, hier, nimm das. Schafsbord. Oh mein Gott, ich habe noch nie so viel Verantwortung. Max, wir gehen jetzt hier rein. Komm her. Okay. Wir spielen jetzt eine Runde Fußball, okay? Und wenn du gewinnst, dann kriegst du mein Schwert. Alter. Okay, ja. Okay, drei, zwei, eins, los. Wo bin ich hier? Ich habe gewonnen. Nee, das zählt nicht. Wir müssen ja bis drei spielen, wir schon. Okay, seit wann? Du kannst das auch sterben. Hey, jetzt hör mal auf! Max, du! Fick dich! Okay, okay, Max. 2 zu 0 für dich. Okay, ja. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe. Hey! Ja, Max hat leider nicht geklappt. Oh, was ist das? Du hast ja immer noch die Chance. Oh, Max, Max, der geht rein. Ja, Max, okay. Wie bin ich hierher gekommen? 2 zu 1 schon mal? Okay, Max. Was wollen sie von mir? Okay. Ich habe keinen Koks. Was wollen sie? Lassen sie mein Knie los. Was ist denn mit diesem Mann los? Was zum... Oh, oh. Mr. Morgan, warst du's? Hat einer von euch Bock, ein paar Körbe mit mir zu werfen? Die haben mein Knie! Die haben dein Knie? Wie bist du hier reingekommen? Alter, der war drin! Atemlos durch... Ja, gut, Freunde. Ich würde sagen, David hat Mr. Morgan in dieser Runde gewonnen. Und in der nächsten Runde sehen wir uns dann mit einem anderen Koks wieder. Juhu! Was habe ich gewonnen? Alles klar, alles klar, alles klar. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja, und wenn ihr Gold kaufen wollt, ihr wisst wo. Ich hasse Max so unglaublich, Alter. Ich hasse Max so sehr. Wie bin ich hierher gekommen? Gut, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Koks. Wie bin ich hierher gekommen? Schauen wir uns bei allen Leuten mal vorbei. Und ja, das wäre es von dieser Runde gewesen. Hau da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss! Wenn ihr bei mir auf dem Channel sagt, fragt euch, wie bin ich hierher gekommen? Wenn ihr bei mir einfach mal vorbei seid. Dann geht's los. Tschüss! 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 Till der Spanfaat мира! Tschüss! Tschüss! Tschüss!